So, wie dann? Schon seit Ewigkeiten kein Killer mehr gespielt? Was soll's? Ich muss mal wieder klarkommen hier. Ah, da hinten ist jemand. What? Ich hab die nicht gesehen, alter Schwede. Ich muss ein paar Paddy weg, glaub ich. Ach man, ich hasse die Peitsche auf Stufe 1, Mann. Ach komm, als ob das nicht drauf war, laber doch nicht. Mach mal ebenso. Wo sind die? Alter Schwede. 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 Habe ich dich jetzt echt verloren? Nee. Wo? Wo denn? Ich dreh am Rad, ey. Oh, der steht da oben. Was? Ach, leck mich doch. Warum treffe ich die nicht? Alter! Jetzt? Alter! Schwede, Mann. Hallo, Kerr-Rudel. Ich höre halt nix, ne? Ich höre halt legit nichts. Was? Ich höre halt. Wie? Ja? Was ist das wert, zur Schrappe? Jo, ist okay. Oh, die ist das anstrengend. Gerade ich mit meinen absolut tollen Ohren. Das kenne ich gar nicht. Was? Lava noch nicht. Ähm, ich habe schon so lange mit Kindern mehr gespielt. Ich drehe noch am Rack. Die Kladudel ist komisch. Die nehmen wir raus. Was? Es sind nur noch zwei Gems. To go. Oh, oh. Oh, doch keiner da. Ich dachte, hier wäre jemand gewesen. Das stimmt, diese Stocken sind ja jetzt da. Das ist ja mein. Wann ist denn hier oben ein Hook? Okay. Näm ich. AAAAAH! Ich kann eigentlich nur hier oben lang, also ich kann mich hier wunderbar aufhalten. Wow, der war echt drauf? Alter Schwede. Ah! 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 Traumber-Verhalter Schwede! Oriental-Verhalter-Schwede. Wo ist sie hin? Äh, das ist der Hammer! Line of side brechen und weg sind sie. Ist schon krass. Wunder hat die jetzt erstmal was zu tun. Der ist wieder komplett zurückgetickert. Da hinten. Ich würde jetzt gerne doch mal auf eine Stufe höher kommen. Das wäre echt cool. Ich habe doch jetzt jemand atmen gehört. Oder nicht? Okay, der Zombie schlägt kein Alarm. Das ist so ein Semitral-Gen. Der tickert noch immer nicht. Oh. Ja, so blind bin ich dann auch wieder nicht. So blind bin ich dann auch nicht. Wie weit kommen die Stacheln jetzt schon hoch? Ich muss noch ein paar Paletten kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wenn die einfach ins Dunkle rennen, das ist der Wahnsinn. Ey, das ist der Wahnsinn. Blind as fuck. Aber einen sollte ich noch kriegen. Mach nicht weiter. Warum nicht? Ja, der Rabe hockt ja noch hier. Aber wenn man croucht, dann fliegen auch die Raben nicht weg. Ah, da. Warum zieht sie die Pallye nicht? Ich muss noch ein paar Paletten kaputt machen. Verdammt, verdammt. Das ist eine SWF. Ja. Die kommt jetzt entgegen und blockt. Und damit sind die dann raus. Boah, ganz knapp nach Stufe 3 gekommen. Alter Schwede. Ja, das ist mal was anderes. Ich glaube, ich sollte doch lieber wieder mein Licht hier ausmachen. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen besser. Aber nur vielleicht. Das waren nur fünf Paletten. Ach, kommt schon. von oben. Du bist der Tag. Ich weiß, was das hat nicht leid. Oh, nein. Ich bin wahnsinn. Ich bin ehem. Ich bin ehem. Ich bin ehem. Untertitelung des ZDF, 2020